Hallo Zuschauer, freut mich euch heute die 7 besten USB-C-Headsets vorstellen zu können. Bevor wir in die Details gehen, abonniert bitte meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Ein Klick auf die Abonnieren-Taste genügt. Bitte vergesst nicht das Video zu liken, wenn es euch gefällt. Eure Likes sind meine Motivation für hochwertige Inhalte. Kommentiert gerne, welches USB-C-Headset euch anspricht oder bei Fragen. Ich freue mich auf den Austausch. Aktiviert die Glocke, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Und lasst uns direkt in die Welt der besten USB-C-Headsets eintauchen. Das Jabra Evolve 2 40 ist eine beeindruckende Lösung für professionelle Kommunikation und Audioqualität. In elegantem Schwarzgehalten zeichnet es sich durch seine UC-Zertifizierung und seine Stereo-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung aus. Mit einer fortschrittlichen 3-Mikrofon-Anruftechnologie bietet es eine erstklassige Sprachqualität in Besprechungen und Telefonaten. Ein großer Vorteil ist die hervorragende Geräuschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche effektiv eliminiert und so für eine ungestörte Kommunikation sorgt. Die Stereo-Kopfhörer bieten einen klaren und ausgewogenen Klang, der sich ideal für das Hören von Musik oder die Teilnahme an Videokonferenzen eignet. Die USB-C-Konnektivität ermöglicht eine einfache Verbindung zu verschiedenen Geräten und sorgt für eine zuverlässige Übertragung von Audio und Mikrofon. Das Headset ist zudem sehr komfortabel und lässt sich stundenlang tragen ohne Druckstellen oder Unannehmlichkeiten. Ein kleiner Nachteil des Jabra Evolve 2 40 ist möglicherweise der Preis, der für einige Nutzer etwas hoch sein könnte. Außerdem könnte das Design für einige Personen als zu schlicht empfunden werden, wenn sie nach auffälligen Headsets suchen. Das Asus ROG Delta ist eine eindrucksvolle audiovisuelle Lösung für anspruchsvolle Gamer. Mit einer Vielzahl von Features, darunter AuraSync-Unterstützung, USB-Type-C-Konnektivität und einem ESS Quad-DAC verspricht dieses Headset ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis. Einer der herausragenden Vorteile ist die AuraSync-Technologie, die es ermöglicht, die RGB-Beleuchtung des Headsets mit anderen kompatiblen Asus-Geräten zu synchronisieren. Dies verleiht nicht nur eurem Gaming-Setup eine ästhetische Note, sondern schafft auch ein immersives Spielerlebnis. Das ESS Quad-DAC des Headsets bietet eine beeindruckende Audioqualität, die jedes Detail in Spielen und Multimedia-Inhalten hervorhebt. Die Klangwiedergabe ist klar, präzise und liefert einen beeindruckenden Raumklang, der entscheidend für das Spielerlebnis ist. Allerdings kann die USB-Type-C-Konnektivität des Asus ROG Delta eine Herausforderung sein, wenn ihr keine entsprechenden Anschlüsse an eurem Gerät habt. Dies kann die Vielseitigkeit des Headsets für einige Nutzer einschränken. Ein weiterer möglicher Nachteil ist der Preis, der für einige Budgets möglicherweise etwas hoch ist. Das Asus ROG Theta 7.1 ist ein herausragendes Produkt für anspruchsvolle Gamer, das eine Vielzahl beeindruckender Funktionen bietet. Mit 7.1 Surround-Sound, KI-Geräuschunterdrückung und Unterstützung für verschiedene Plattformen, darunter PC, PS4 und Nintendo Switch sowie einem auffälligen Aura-RGB-Design in Schwarz, ist dieses Headset eine erstklassige Wahl für Gaming-Enthusiasten. Einer der großen Vorteile ist der immersive 7.1 Surround-Sound, der ein tiefes Eintauchen in die Spielwelt ermöglicht. Die Klangqualität ist außergewöhnlich klar und präzise, wodurch Spieler jedes akustische Detail wahrnehmen können. Dies ist besonders wichtig für taktisches Gameplay und die Lokalisierung von Feinden. Die KI-Geräuschunterdrückung ist ein weiterer positiver Aspekt des Headsets, der störende Hintergrundgeräusche effektiv minimiert und die Kommunikation während des Spiels verbessert. Das Asus ROG Theta 7.1 bietet auch eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen, was es zu einer vielseitigen Wahl für Gamer macht. Ein möglicher Nachteil dieses Headsets könnte sein Gewicht und seine Größe sein, was es für einige Nutzer weniger bequem machen könnte, insbesondere bei längeren Gaming-Sessions. Außerdem könnte der Preis für einige Budgets eine Herausforderung darstellen. Das Jabra Evolve 2 65 ist eine beeindruckende Lösung für professionelle Kommunikation und Audioqualität. In elegantem Schwarzgehalten zeichnet es sich durch seine Microsoft Teams Zertifizierung aus und bietet ein Mono-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung sowie eine lange Akkulaufzeit. Ein großer Vorteil des Jabra Evolve 2 65 ist die hervorragende Geräuschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche effektiv beseitigt und so für eine ungestörte Kommunikation in Besprechung und Telefonaten sorgt. Dies ist besonders wichtig, wenn ihr in lauten Umgebungen arbeitet. Die lange Akkulaufzeit des Headsets ermöglicht es euch, stundenlang ohne Unterbrechungen zu arbeiten, was die Produktivität steigert. Der USB-C Bluetooth Adapter bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung zu eurem PC, was die Flexibilität und Mobilität erhöht. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass es sich um ein Mono-Headset handelt, was bedeutet, dass der Klang nur auf einem Ohr wiedergegeben wird. Einige Benutzer bevorzugen möglicherweise Stereo-Headsets für ein vollständigeres Klangerlebnis. Darüber hinaus könnte der Preis für einige Budgets etwas hoch sein. Das JBL Quantum 350 ist eine beeindruckende Option für Gaming-Enthusiasten. In elegantem Schwarzgehalten bietet es sowohl eine kabellose 2,4 GHz Verbindung als auch einen USB-C Anschluss für Vielseitigkeit und Flexibilität. Ein herausragender Vorteil ist der Quantum Surround Sound, der ein immersives Klangerlebnis bietet und Spieler tief in die Spielwelt eintauchen lässt. Jedes akustische Detail wird in beeindruckender Klarheit wiedergegeben, was insbesondere für Spiele mit räumlichem Sound von entscheidender Bedeutung ist. Das abnehmbare Boom-Mikrofon ermöglicht klare Kommunikation mit Teamkollegen während des Spielens und kann bei Bedarf einfach entfernt werden, wenn ihr es nicht verwendet. Die kabellose 2,4 GHz Verbindung bietet eine zuverlässige drahtlose Option für Gaming-Sessions ohne störende Kabel. Ein möglicher Nachteil des JBL Quantum 350 könnte sein, dass es Over-Ear-Kopfhörer sind, was für einige Nutzer bei längeren Gaming-Sessions möglicherweise etwas unangenehm sein könnte. Außerdem könnte der USB-C Anschluss für einige Plattformen oder Geräte möglicherweise nicht kompatibel sein. Das Jabra N-Gage 50 II ist eine hervorragende Option für professionelle Kommunikation und Audioqualität. In eleganter schwarzer Farbe gehalten, bietet es eine Vielzahl beeindruckender Funktionen, darunter die Link-Call-Control, geräuschunterdrückende 3-Mikrofon-Technologie und ein USB-C-Kabel. Es ist Microsoft Teams zertifiziert und mit allen Plattformen kompatibel. Einer der herausragenden Vorteile des Jabra N-Gage 50 II ist die geräuschunterdrückende 3-Mikrofon-Technologie, die störende Hintergrundgeräusche effektiv beseitigt und für eine klare und präzise Kommunikation in Besprechungen und Anrufen sorgt. Dies ist besonders wichtig in lauten Umgebungen, um die Produktivität zu steigern. Die Link-Call-Control-Funktion ermöglicht es euch, Anrufe einfach zu steuern, was die Effizienz und den Komfort erhöht. Das Headset verfügt über ein USB-C-Kabel, das eine zuverlässige Verbindung zu verschiedenen Geräten gewährleistet und die Vielseitigkeit erhöht. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass es sich um ein schnurgebundenes Headset handelt, was die Mobilität und Bewegungsfreiheit im Vergleich zu kabellosen Headsets einschränken könnte. Außerdem könnte der Preis für einige Budgets etwas hoch sein. Das Plantronics Blackwire 5220 ist eine vielseitige Lösung für professionelle Kommunikation und Audioqualität. Dieses kabelgebundene Stereo-PC-Headset verfügt über einen Mikrofonarm und bietet die Möglichkeit zur Verbindung mit PCs, Macs, Tablets und oder Mobiltelefonen über USB-C oder 3,5mm Klinkenanschlüsse. Es ist kompatibel mit Plattformen wie Teams, Zoom und vielen anderen. Ein herausragender Vorteil des Plantronics Blackwire 5220 ist die hohe Vielseitigkeit bei der Konnektivität. Ihr könnt es problemlos an verschiedene Geräte anschließen, was die Flexibilität in der Verwendung erhöht. Der Mikrofonarm ermöglicht eine klare Kommunikation und lässt sich bei Nichtgebrauch einfach hochklappen. Die Klangqualität des Headsets ist beeindruckend klar und präzise, was es ideal für Anrufe, Videokonferenzen und Multimedia-Inhalte macht. Die Verbindung über USB-C sorgt für eine zuverlässige Übertragung von Audio und Mikrofon. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass es sich um ein kabelgebundenes Headset handelt, was die Mobilität und Bewegungsfreiheit im Vergleich zu kabellosen Headsets einschränken könnte. Außerdem könnte der Preis für einige Budgets etwas hoch sein. Danke fürs Ansehen meines Videos über die 7 besten USB-C-Headsets. Ich hoffe, es hat Euch bei der Auswahl geholfen. Abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und teilt Eure Gedanken in den Kommentaren. Gefällt Euch das Video? Dann Daumen hoch und teilt es, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und viel Spaß mit Euren neuen USB-C-Headsets.